Ich benötige für die Männeraufstellung für die nächsten Kämpfe Oldsberg 1 gegen Wuppertal und Oldsberg 2 gegen Bocholt. Ich wiederhole, Oldsberg 1 gegen Wuppertal, Oldsberg 2 gegen Bocholt. Männer, bitte die Aufstellung. Jakob, sehr gut, weiter, an den Hals, an den Hals. Jakob, stärker im Griff, oben arbeiten. Jorin, direkt unter der Auslage. Schön. Gleich. Jakob, arbeite hart am Griff. Sichern, sichern, Jorin, damit wir wieder arbeiten. Jakob, oben mehr Dampf. Lass dich nicht runterdrücken, ja? Du kämpfst. Auf der Matte, wir kämpfen bis 52. Los, dein Griff, komm, er kommt sofort. Du holst deinen Griff. Auch wenn er blockiert, komm, du holst deinen Griff. Weiter, weiter, Jakob, zweite Hand. Jakob, komm. Jakob, beide Hände sofort, ja? Komm, Jakob, zweite Hand. Gut, dass die das beiden Fuzi nie kämpfen. Auch wenn er blockiert, hol die zweite Hand. Bevor du ihn dran, hol dir den Arm. Beide Hände setzen. So, jetzt aber. Ansatz, Ansatz, Jakob. Jetzt, Jakob. Kopf wieder hoch, lass dich nicht runterdrücken. Jetzt, du auf, mein Pass. Und festhalten, festhalten, festhalten. Gut, Jakob, okay. Gut reagiert. Weiter, lass gemerkt, dann hast du Druck. Beide Hände. Beide Hände. Auf geht's, Joby. Auf geht's, Joby. Auf geht's, Joby. Herzschneid, Joby.